Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Corridor, ein weiteres Indie-Rauchspiel. Das hier ist auf Russisch geschrieben, aber ihr könnt euch trotzdem runterladen und ausprobieren. Ich meine, das ist jetzt nicht so das Hindernis. Da steht Natschadigru und Wichert, also Spiel starten und Ausgang. Und ich bin mal wieder überbelichtet. Ja, wie ihr sehen könnt. Jetzt geht's, jetzt geht's. Uh, nicht bewegen. Okay, fangen wir an. Ich weiß nicht, was in dem Spiel abgeht. Ich hab keinen Plan. Ich hab nur davon gelesen. Und ich wollte mir zuerst ein Let's Play davon angucken. Dann dachte ich, ich spiele das Blind. Ich will nicht wissen, was passiert. Äh, bla bla, ich konnte es nicht lesen. I feel nervous for no reason. Okay. Wir sind in einem Hotel oder so. Und ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Oh, irgendwie nicht Wein? Kann man die Lampe mitnehmen? Das ist ja mir lieber. Okay, dann nehmen wir die Weinflasche mit. Und ein Telefon oder die Lampe? Nein. Kann man schlafen gehen? No. No, we can't. Okay. Äh, wir öffnen die Türen mit F. It's very strange. Und die Flasche hat sich gerade mysteriös bewegt. Äh, ja, ich will hier gar nicht so schnell gehen. Ich hab nämlich Angst. Irgendwas kommt da doch wahrscheinlich. Oh, ein wunderschönes Gemälde. Das gefällt mir. Ich hab schon so Gänsehaut. Und noch ein wunderschönes Gemälde. Und, äh, noch ein wunderschönes Gemälde. Wir können nur die Weinflasche mitnehmen. Könnt ihr auch wegschmeißen? Hm, mensch. Okay. Was war das? Ich darf die Tür gern wieder schließen. Vielen Dank. So, äh, was gibt's hier? Können wir den Schrank öffnen? Nö. Ich hab langsam das Gefühl, wir müssen nur durch, äh, das Korridor-Dings gehen. Das Spiel heißt ja auch Korridor, ne? Können wir noch rennen? Ja, wir können auch rennen. Ich hätte die Tür zumachen sollen. Und es ist dunkel. Ich will nicht da lang gehen, wo es dunkel ist. Weinflasche, rette mich. What the fuck? Wieso? Kinder sind böse. F. Du darfst die Tür auch gern wieder schließen. Oh, da hat jemand seine... Was war das? Da hat jemand seine Weinflaschen auslaufen lassen. Hier, ich lass dich da, mein Freund. Es ist... Weil, we know why. Uh, das ist von der ganz feinen Sorte hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. Tür schließen, bevor ich wieder Anfälle kriege. Da hat jemand den Tisch kaputt gemacht. Wenn man diese Sachbeschädigung in fremden Gebäuden... Warum hat die Musik aufgehört? Jetzt geht's. Oh ja, da wird grad Jesus gegessen. Sieht jedenfalls so aus. Oh, das Spiel ist unheimlich. Oh! Oh mein Gott! What the fuck! Oh! Oh! Oh Gott, da geht's die Treppe runter. Ich hätte meine Weinflasche gern wieder. Lecker. Da hat auch schon ein paar Jahre nicht mehr geputzt worden. Da hat ihr... Weil Deutsch ist wieder das allerbeste Deutsch, das ihr je hören werdet. So. Oh Gott. Oh, das war das Gott für ein unheimliches Viech. Das war echt gröpig. Oh. Hallo, Sir. Oh, eine Weinflasche. Oh. Bonjour, Monsieur. Oh Gott. Mach die Tür wieder zu. Oh, spendet so. Was ist denn mit ihm passiert? Ein bisschen zu viel Wein, wach? Hier ist auch... Äh, was ist das? Sieht aus diesem Face. It's a face. In your face, bitch. Meine Weinflasche. Wie nur Wein. Die Sorte trinke ich am liebsten. Was ist das denn? Meine Fresse sieht das... Baa, baa. Boah. Da wird mir schon schlecht, ey. Da fängt meine Haut an zu kratzen. Wenn man so an Insekten denkt. Boah. Ui, ui, ui. Eine Lampe. Oh, arme Lampe. Ich kann dich leider nicht mitnehmen, mein Freund. Ich bin hier ganz schnell weg. Boah. Was ist das? Oh, muss ich wieder runter? Okay. Boah. Ihr könnt mir gar nichts. Ich hab meine Weinflasche. Oh, hallo, mein Freund. Da steht was. Ich gehe einfach schnell weiter. Ich hab nichts gesehen. Sir, ich hab sie nicht gesehen, mach die Tür zu. Vielen Dank. Oh, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ich kann das Keletter leider nicht nehmen. Sonst käme das jetzt viel cooler. Boah. Schnell. Hm, Blut. Ach nee, das ist das Vino Wein. Und, äh, boah. Das Spiel ist echt krank. Ich kann mich grad nicht bewegen. Ah, hier ist doch mal die Breathing behind me. Oh Gott, nein. Da ist war nichts. Da war nichts. Da, du hast niemals... Oh. What's this shit? Eine Kerze. Vino Wein, komm mit. Komm mit, mein Freund. Ich lass dich nicht zurück. Mit diesen Verrückten hier. Oh ja. Hm. Gott. Ich hab Angst, das Spiel ist sowas von... Oh Gott. Äh. Kratz, kratz. Da liegt die Ohr. What's up? Willst du auch ein bisschen Vino Wein? Hier. Ne, mein Vino Wein. Hamallah, hamallah. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck. Ich will hier sofort weg. Ich will hier sofort weg. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Ich lass mich... Oh Gott, was war das? Oh. Halt die Klappe. Lass mich in Ruhe. Oh. Papa. Was ist das denn? Oh. Haben sie es geschafft? Haben wir gewonnen? Ja? Ja? That was just a nightmare. I hope. Oh. Oh. Gänsehaut. Boah. Vino, mein Freund. Oh Gott. Oh Gott. Das musste nicht sein. Oh Gott. Ich hab so Gänsehaut. Oh. Sieht man das? Ich glaub das sieht man nicht, weil es so überbelichtigt ist. Aber oh. Das Spiel ist echt creepy. Das ist echt sau creepy. Das ist. Ladet es euch runter aufs Spiel selber. Aber so zu gucken ist gar nichts, wenn man das selber spielen könnte. Oh. Oh. Ich hoffe es hat euch gefallen. Boah. Ich hab immer noch Gänsehaut. Oh. Ich spiel das Spiel niemals, 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 niemals wieder. Ich lösche das jetzt sofort. Und ansonsten hoffe ich es hat euch gefallen und sonst könnt ihr kommentieren und bewerten und auch abonnieren. Und ja, ihr könnt mir auch in den Kommentaren schreiben, was für Spiele ihr sonst so sehen wollt. Auch in die Horror Games immer wieder gern. Okay. Ansonsten hoffe ich es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play. What's that? The box is empty. Okay.